Here we go again, my friends. Here we go again. Hier ist schon deswegen gekauft. Bam! Wo ist denn der Gif? Gehe ich noch im Ladebeton. Entzuckt jetzt? Okay, jetzt nicht mehr. Achso, jetzt habe ich das doch umgar nicht mit gelesen. Kann ich mitmachen? Ja klar kannst du mitmachen. Das ist Sparta! Oh. Ich weiß gar nicht, wo wir abspringen sollen. Er sagt nur, wann wir abspringen, ne? Auf F war das glaube ich, ne? Äh, ja. Puh, hier springt schon den ersten ab, dann lass uns jetzt raus. Da vorne ist so ein kleines Dorf. Da ist ein Haus mit einem roten Dach, ein Haus mit einem blauen Dach, einem braunen Dach und einem grauen Dach. Ja, sehe ich. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Müsst du mich eigentlich aussehen. Da steht auch so ein Silo, glaube ich, drin oder so. Also nicht Sido, der Sänger, sondern Silo, ne? Oh Gott, wie jetzt? Oh Gott, wie jetzt? Hat der jetzt schon den Fallschirm aufgemacht? Willst du mich warten? Oh Gott, wie jetzt? Ey, ne, mene, Mope, wir fressen gerne Popel. So süß und so saftig, für eine Mark und achzig. dass sie jetzt so gehen ich habe jetzt nie und denn ich habe einen geilen mantel an das habe ich auch hier geht sogar nach oben hast du hast du waffen schon müssen die holzer neu laden texturen in der mene nuss und melch einer hat es einer komm, soll ich die Tür aufmachen? komm hier, jetzt kannst du rein hörst du mich noch? ja kannst rein in das Haus, ist offen hörst du mich noch? ich höre dich die ganze Zeit, ja? aber du bist anscheinend nicht, oder? everybody dance now dem, 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 dem dem, dem 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 wichtig ist nicht über die brücke sein geht voll ab so 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 Ok, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Zone drinnen. Das ist noch so ein langer Weg, aber wir dürfen nicht über die Brücken, weil wir uns zumeist immer erwartet. Wir müssen wahrscheinlich auch direkt weiter. Ok, warte einen Moment. Ist gerade schlecht. Ich glaube ich werde auch gleich in den öffentlichen Channel gehen. So, ich bin ein bisschen aus. So, ich habe auch nicht mehr in den Kasten. So, ich habe auch noch nicht mehr in den Kasten. So, ich habe auch noch eine Ahnung, dass ich mich nicht mehr in den Kasten erscheint. So, jetzt habe ich gerade mit dem Kasten. So, ich habe hier noch einen Kasten. So, ich habe hier noch eine Ahnung. ich danke dir fürs zuschauen danke für den ganzen lud ich wünsche mir gut nach ob wir dass der rest der woche nicht zu hart wird gut in den mittwoch dann rein und ich sage einfach hören uns die tage bestimmt ich weiß nicht ob du mich noch hörst auf jeden fall zieh dich gleich lass mich die runde hier gerade noch zu ende machen beziehungsweise gehe ich in den öffentlichen channel so kann ich jetzt immer gerade so bleiben komme ich in den channel rein ich glaube schlechter ich kann es dir gar nicht sagen welche auflösung spielst du denn im allgemeinen weißt du das ich habe alles runter gestellt eigentlich ich verstehe es aber immer noch nicht du hast ja eigentlich eine gute internet leitung aber ich denke mal das wird über bei der übertragung bei der liegen da fehlt der kabel definitiv jetzt werde ich probleme kriegen also ich habe eine pistole in der shotgun hast du überlebt ja wow ich bin nur den berg runter gefallen ja man könnte sich doch irgendwie hin hocken mit c glaube ich mit z glaube ich hinlegen scheiße müssen jetzt schon weiter wichtig ist oh der entmöck geschossen geh nicht über die brücke ich meine okay du kannst versuchen ich auch läufe wo werde ich denn beschossen leko mio kann es sein dass die 50.000 kilometer schießen können das problem ist zu dir würde ich glaube ich nicht kommen du bist so weit weg ne versuche das mal zu überleben ich werde sowieso sterben zum spannungswerk ehrlich komm mir das wird ich weiß auch nicht von wo die geschossen haben irgendwo aus 50.000 kilometer entfernung ich glaube irgendwo bei der brücke oder so aber dann hätte er mich ja gar nicht sehen dürfen es gibt ja hier mehrere leute also noch 50 leute oder so das problem ist ich habe gerade versucht einen überblick zu schaffen aber da unten sehe ich nirgends wo ein rennen ne die Möppel ist doch voll klein weil das ja die Militärbase ist von da wo die schüsse kommen der müsste ja jetzt irgendwo über den berg hier latschen aber da ist keiner vor allem ich habe schaden bekommen angeblich aber ich habe unten keine schadensanzeige schrudi ich habe gar nichts gar keinen sehe gerade ne dann fände ich noch zu das wird jetzt überflugs kommando fast ich denke viele werden in den häusern sein und warten da muss ich leider gottes jetzt auch hin dann 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 kann nicht sein dass sie noch keiner war dann 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 Então dann dann ... dann da vorne wird gleich gebombt Das ist ein bisschen gerade von DayZ. Boah, ich bin in dieser Schocken-Scheiß-Bomberie. Hier war einer drinnen. Ich war weit und breit keine See, weißt du? Ich bin so angespannt wie der Lecomio. Oh, Kalle, arme Socke. Ich hoffe, mein Schicht bleibt bestehen. Ich habe keinen Bock, dass die wieder auf einmal sagen, so von wegen... Ey Junge, wir haben den falschen Plan gegeben, weißt du? Jetzt müssen wir da hoch. Was ich einfach nicht sehe. Ricard, also die Stelle hier kenne ich auch noch nicht. Fuck ey. Können gerade überall sein. Das ist bei mir auch gerade gelegt. Auto. Boah, was ist genau in der Mitte? Lecomio. Scheiße, hier können sie überall sein. Wir haben immer noch 30 Leute, das ist scheiße. Ich habe es gewusst. Scheiße, von wo? Irgendwo hinten aus dem Haus. Ja, da ist er. Ganz so, dass ich nicht helfen konnte, ne? Ja, das Problem ist, wie gesagt, die hätten jetzt zu dritt, zu viert sein können. Keine Ahnung, von wo die jetzt herkamen. Jetzt lade ich immer noch Punisher. Jetzt lade ich immer noch Punisher.